Hi, in diesem Video zeige ich dir ganz kurz und ganz schnell, wie du deine Windows-Updates deaktivierst. Für was braucht man das nochmal ganz kurz? Wenn Windows einfach ein Problem im Update hat und du nicht willst, dass das Problem öfter auftaucht, Update deaktivieren. Oder in der virtuellen Box, wenn du einfach ein stabiles System haben willst, zum Beispiel irgendwas testen willst und dann kommt ein Update, dann ist wieder alles anders. Dann hast du auch ein Problem und deswegen zeige ich dir, warum du deine oder wie du deine Updates deaktivieren kannst, sodass Windows das eben nicht mehr macht. Und dafür gehen wir ganz einfach auf Start, geben ein Dienste, klicken hier auf dieses Zahnrad und dann klicken wir hier eben auf Windows Update. Windows Update und hier Doppelklick drauf, dann einmal beenden und dann hier auf deaktiviert und übernehmen. Okay und schon war es das Ganze. So, wir haben das jetzt gemacht, jetzt macht Windows keine Updates mehr, außer ihr geht manuell hier drauf, klickt auf Update suchen und dann hier auf Update Suche starten. Und das dann einfach nicht mehr machen, ansonsten, wenn ihr das auf Versehen gemacht habt, macht einfach den Schritt, den ich euch gerade gezeigt habe, nochmal. Und wenn ihr auf Nummer ganz sicher gehen wollt, dann klickt hier eben da drauf auf Eigenschaften bei eurem WLAN Router und stellt hier getaktete Verbindung ein. Dann denkt Windows zum Beispiel, dass es eine getaktete Verbindung ist, die Datenvolumen benötigt und zieht keine Windows Updates automatisch. Ich hoffe das Video hat dir gefallen, wenn es dir gefallen hat, gib ein Like, abonnier den Channel und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video und Peace.